Hallo zu einem neuen Tutorial. Wie versprochen machen wir diesmal ein bisschen was zum Scripting und auch noch ein paar andere Sachen. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal vorstellen könnte, wie eine Blaumagier- bzw. Imitator-Klasse funktioniert. Die meisten Leute werden das kennen. Ein Blaumagier lernt halt die Techniken der Gegner und ein Imitator imitiert halt einfach eine Attacke, die ein Partymitglied vorher eingesetzt hat. Mit dem Apogee Maker lässt sich das relativ leicht, relativ leicht bewerkstelligen. Es ist halt, man hat zwei Wege. Entweder es ist sehr aufwendig, aber dafür relativ leicht zu verstehen, oder relativ kompliziert, aber dafür weniger aufwendig. Beide Techniken erfordern natürlich ein bisschen, entweder Gehirnschmalz oder halt viel Freizeit. Die erste und die Technik, die mir nicht so gut gefällt, stelle ich jetzt erstmal vor. Dazu brauchen wir mal wieder Common Events. Und ja, genau, dazu brauchen wir halt so Blaumagier-Coming Events. Und man sieht schon, die haben jetzt jeder einen einzelnen Namen, also Blaumagier-Dual-Attack. Dann gibt es ja darunter Blaumagier-Double-Attack. Und das müsste man jetzt für jede Technik machen, die der Blaumagier von Gegnern lernen soll. Das heißt, wir haben allein in dieser Standard-Datenbank schon irgendwie 82 Techniken und sagen wir mal, die Hälfte davon können die Monster benutzen, dann wären das schon 40 Techniken. Das heißt, 40 Common Events, die man hier so machen müsste. Was steht in diesen Common Events drin? Naja, ich habe jetzt mal Ralf als Blaumagier in unsere Party genommen. Die Bedingung ist halt natürlich erstmal, dass der Blaumagier überhaupt in der Party drin ist. Die zweite Bedingung ist halt irgendwie eine Zufallszahl zwischen 1 und 5. War es jetzt zum Beispiel bei mir. Um halt zu prüfen, ob der die Technik lernt oder nicht. Also bei 1 von 5 erlernt er sie, also ungefähr 20%. Ja, hier fragt man halt die Bedingung, ob die Zufall gleich 1 ist. Also ob es halt zutrifft, dass er sie lernt oder dass er sie nicht lernt. Wenn halt Zufall gleich 1 ist, sprich, wenn diese 20% eintreten, dann lernt er die Attacke. Dann wird auch eine Nachricht ausgegeben, die Attacke wurde erlernt. Und die Technik wird von Ralf erlernt. Das ist ja ganz einfach. Hier kann man bei Techniken einfach den Blaumagier auswählen und dann lernen und die Attacke auswählen. So, dies muss man jetzt wirklich leider für jede Technik einzeln machen, was natürlich sehr aufwendig ist. Dafür aber nicht so besonders kompliziert. Diese Common Events werden natürlich von den Techniken selbst aufgerufen. Sprich, die Dual Attack ruft Blaumagier Dual Attack auf. Das ist dies hier. Und das müsste man jetzt auch noch bei allen Techniken einstellen, die der Blaumagier lernt. Sprich, bei Double Attack müsste man dann halt dieses Common Event aufrufen, bei Triple Attack das nächste und so weiter und so weiter. Und das ist halt ziemlich aufwendig. Und da sitzt man wohl auch mal ein Stündchen dran, um das halt einfach nur zu kopieren, einzustellen, zu kopieren, einzustellen und so weiter. Das ähnlich sieht es aus beim Imitator. Hier kann man wieder, ich habe jetzt zum Beispiel mal Feuer und Wind genommen. Und das ist hier. Fire und Wind. Ich müsste meine Datenbank auch mal wieder eindeutschen. Ja, und die rufen halt auch Common Events auf. Habe ich hier jetzt noch nicht eingestellt, aber die rufen dann halt diese Common Events auf. Imitator Fire, Imitator Wind. Man sieht es schon, sie setzen hier eigentlich nur eine Variable um. Also Technik auf 59 oder Technik auf 75. Was sind das für Zahlen? Na ja, eigentlich sind das nur diese Zahlen, die hier vorne stehen. Also die Nummer von der Technik. Sprich, die Variable Technik wird einfach auf die Nummer des Skills gesetzt, der zuletzt angewendet wurde. Denn diese Technik ruft ja jedes Mal neu das Common Event auf. Da muss man sich vielleicht ein paar Mal durch den Kopf gehen lassen. Dann ruft immer wieder den Common Event auf, dann kann ich jetzt neu die Variable. So, und wie sieht das Ganze jetzt auf den Imitator aus? Na ja, wir haben danach eine neue Technik. Und zwar Imitieren. Und Imitieren ruft den Imitator auf. Und der Imitator guckt jetzt einfach, welche Variable, auf welcher Zahl steht die Variable Technik gerade. Also entweder wurde gerade zuletzt 59, also Feuer aufgerufen, oder 75, also Wind. Und ruft dann dementsprechend das entsprechende, ja, macht halt die entsprechende Kraftaktion. Das habe ich bestimmt schon zwei Mal gezeigt. Hier kann man Kraftaktion auswählen, wählt dann halt hier bei Held den entsprechenden Imitator aus. Und kann dann hier die Technik auswählen, die er aussetzen soll. Übrigens sollte man hier Zufall wählen und nicht letztes Ziel. Es gibt auch letztes Ziel. Aber das funktioniert irgendwie nicht richtig. Ich weiß nicht genau, wieso. Zufall klappt jedenfalls auf alle Fälle immer. Ja, das ist im Prinzip auch schon alles gewesen. Also so einfach geht das, wenn man es einmal verstanden hat. Aber es ist halt wirklich viel Arbeit. Weil man muss hier halt hier, man sieht schon, wo die ganze Arbeit steckt. Nicht in diesem Event, auch nicht in diesem einzelnen Event, wo man halt hier die Technik abfragt, sondern hauptsächlich in diesem hier, die man tausendmal kopieren muss. Und wo man immer, hier bei dem Blau-Marker genauso. Und wo man halt immer die Techniken, die entsprechenden Kammer-Events einstürmen muss. Da sitzt man bestimmt locker ein, zwei Stunden dran. Das Ganze geht auch ein bisschen schneller. Dieses Event wird auf alle Fälle gebraucht. Sprich, für alle Techniken, die der Imitator kopieren soll, braucht man mindestens eine Bedingung. Muss hier einmal diese Bedingung abgefragt werden, um dann halt auch die Kraftaktion auszuführen. Aber, was man erleichtern kann, man kann sich diese ganzen Events einsparen, indem man ein bisschen skriptet. Ja, ich weiß, ich habe oft gesagt, dass ich Skripte nicht mag. Und ich bleibe auch dabei, ich mag Skripte nicht. Allerdings nur, wenn man sie nicht versteht. Wenn man Skripte versteht, dann kann man die gerne benutzen. Und dann finde ich das auch ganz klasse. Und darum will ich jetzt auch mal ein bisschen was zum Skripting zeigen. Nur eine kleine Einführung, gar nichts Großes. Aber, wenn man es versteht, dann finde ich es okay. Also, ich versuche auch, es so gut wie möglich zu erklären. Beim Blaumagier sieht es ähnlich aus. Der Blaumagier, habe ich ja eben schon gezeigt, wie das beim Blaumagier aussieht. Das sind wieder einzelne Kammer-Events, die aufgerufen werden. Das kann man auch in ein Kammer-Event packen, das dann halt ein bisschen größer wird. Aber halt auch einfacher, weil es nur ein Event ist. Hier wird wieder überprüft, ist der Blaumagier in der Gruppe, also Ralph. Wieder eine Zufallszahl. Ich habe jetzt hier mal 1 aus 1 gewählt, damit es auch jedes Mal klappt. Ja, anschließend wird halt die Zufallszahl überprüft. Und anschließend kommt eine Bedingung, ob Ralph, also unser Blaumagier, die Technik schon erlernt hat. Und einen ansonsten Fall. Denn es interessiert uns ja eigentlich, ob er die Technik noch nicht erlernt hat. Also in der eigentlichen Bedingung, Ralph hat die Attack erlernt, steht nichts drin, gar nichts. Und in dem ansonsten Fall geht es halt weiter. Und hier steht halt drin, wie da wird eine Variable überprüft. Und diesmal nicht Technik, sondern Technik Gegner. Also ganz ähnlich wie beim Imitator. Und wenn der Technik Gegner auf 1 zeigt, also die erste Technik gemeint ist, die erste Technik ist hier in unserer Badenbank Dual Attack, dann wird auch die Dual Attack vom Blaumagier gelernt. Ähnlich geht es dann weiter. Hier wird wieder überprüft, ist die Double Attack gelernt. Und dann wird überprüft, ist denn überhaupt die Double Attack eingesetzt worden. Also ist die Variable Technik Gegner gleich 2, denn in unserer Datenbank ist 2 die Double Attack. Und wenn die Technik Gegner gleich 2 ist, also die Double Attack vom Gegner angewendet wurde, dann wird überprüft kommen zu müssen.